Ja, hallihallo YouTube und herzlich willkommen zurück bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich war fast schon wieder verleitet, Donkey Kong Country Returns zu sagen. Genau, ja. Wir sind in die neue Welt gekommen, letztes Mal. Eingedrungen. Eingedrungen, infiltrationstechnischer Wirrwarr-Zeugs. Und ja, wir gehen jetzt hier ins erste Level. Das soll jetzt nicht fies klingen, aber wir müssen hier vor den Ureinwohnern aufpassen. Die würden der Affen vielleicht auch essen, ich weiß es nicht. Boah, das sieht ja geil aus, das Hintergrund-Level. Also die, äh, Hintergrund-Level. Der Hintergrund, oder? Also der Sar ist ja immer sehr schön. Boah, wie geil ist das denn? Aber hier fand ich den jetzt auch besonders schön. Sehr nett wieder, sehr nett. Der möchte schon mal am liebsten überall gleich rumlaufen, so, wa? Die Musik hört sich auch schön freudig an. Also die Empfang, so, ähm, das Feeling, das Kontinenz, der Landpassage, das es darstellen soll, ist ja immer gut da. Ja. Auch mit, auch mit den, äh... Das ist ja auch, wenn man so ein Spiel macht, eigentlich gar nicht so schwer. Also wenn man so sich an verschiedenen Ländern orientiert, weil der Landesland wirklich seine eigene Kultur und den ganzen, äh, Schmarrn hat. Ja, Musik und alles mögliche. Und dann kann man das schon eigentlich ziemlich gut machen. Lol, die Elefanten. Kann man mit den, äh, die Rüssel sind ja von denen auch witzig. Wot the fuck. Ja, 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 ja. Die Bäume tanzen sogar. Haha. Ja, man kann wieder zu einem kommen. Das wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn nicht. Ach, Mist, verdammt. Ja, schon wieder, ey. Das, darin sind wir echt, äh, Meister drin, irgendwie so, ne? Ja. Heya. Oh, Banana. Ja. Sorry, wir sammeln alle Bananas ein. Ich weiß nicht, ob es da... Fies wäre es ja auch, wenn das Ding denn in die Starren fallen würde, ne? Warte mal, ich wollte mich hier irgendwie noch einmal durchrollen. Da habe ich schon getrommelt, da ist eigentlich nichts. Ah, der, der rollt sich hier aber auch. Ah, es gibt nochmal Münzen, aber... Ich mache es hier so lange dem Baum die Hand. Den Ast. Ne, guck, also das ist wahrscheinlich... Hier ist es mal so wie das Laub. Okay, das war genial. Ah, Mist, da hätten wir, glaube ich, eingebraucht. Also, es gibt hier unten noch was. Ja. Nämlich da. Was ist das denn? Ein Stein, das ist ein Stein, der bemalt wurde? Passt so aus, ne? Kann sein, ja. Oh, perfekt. Ach, das Ballon. Nein. Warum ist der weg? Schade. Wir sind einfach zu schnell. Nein, ja, lass mich ruhig. Ah, Mist. Scheiß Rad. Okay. Oh, guck mal, hier unten muss man aufpassen. Ich schreie nochmal so. Ich dachte schon, du wärst es. Da wäre jetzt hier auch Kopfhörer bei der Aufnahme aufhaben, hört man ihn richtig so vorbeifliegen, ist ganz lustig. Ja. Ich habe mich schon gewundert, wie wir jetzt da hochkommen wollen. Also, das gefällt mir bisher sehr gut. Ja. Wir könnten die Bananen einfach holen, um, ja, ich würde mal sagen, vielleicht eine Belohnung zu bekommen. Es war nicht gut, dass ich dafür jetzt zum Schaden hier gezogen habe. Hier geht es hoch. Passiert habe. Oder? Also, man kriegt hier, ja, ich komme. Oh. Oh, man kriegt hier für... Ja, Mist. Aber ich wollte halt gucken, was es da als Bonus gibt, ne? Ähm... Da gibt es was. Ja, ich glaube hier. Gut. Komm mal, ohne Probleme rum bei uns. Ah, guck mal, da unten ist ein Fass. Ich glaube, ganz genau hier. Ah, schade. Würde ich eigentlich noch auf den rauf fallen lassen. So ungefähr. Oh, nett. Ach, süßer hier. Also hier, äh, wirklich, wenn man nicht weiß, dass man das Gras kaputt treuen kann, ich meine, irgendwann wird man es herausfinden, aber dann ist man hier in dem, da wäre ich da am Arsch. Und guck mal da hinten, die schönen Figuren, so. Ja, das ist auch... Da werden wir jetzt wahrscheinlich hingeschossen, weil da ist auch das Schwein. Ah, guck mal, es geht hier jetzt noch weiter. Dank. Ähm. Oh, ist die Musik geändert, merkst du? Ja. Ah, nein, den Dingern kann man... Ich habe mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, gewundert, wie wir das hier packen sollen. Ein Kong-Buchstabe. Ups. Verdammt, ich! Oh. Boom. 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 Komm zu mir! Ja, ich wollte schon sagen, du kannst ja ewig früh schon losschwingen hier. Wollen wir versuchen, hier mal alles einzuzummelen? Das sind ja nur Bananen. Na, kann ja sein, dass es mal nach irgendwas... Ich komme nicht mehr raus, oder? Naja. Ne. Ah, du hast noch Zeit, wenn du aus dem Bild rausglitschst. Oh, das nehmen wir aber mit. Ah. Ui. Cool gemacht, das war so ein bisschen wie auch an einem alten... Level. Warte, warte, warte. So. Die machen auch alle nette Geräusche auf alle Fälle. Schön. Ja, siehst du hier sowas. Hast du? Hast du? Hast du? Ich habe alles. Ja, springt ja nicht. Warte mal, bitte auf mich. So, kann man das hier auch abrasieren? Bestimmt, ja, wenn es unten ist. Ah, ja. Lass sie das auch an der Decke platzieren. Ach, dann. Die kleinen Gewieften. Genau, und dann kann man hier nämlich hoch. Ah, muss man halt einfach so... Ja. Ja, die Giraffen erscheinen dann nämlich erst. Ach, mal da oben ist ein Baunuschlevel. Sehr schön. Oh, und dann ein Affenbaum. Mal gucken, wie es da drin so aussieht. Ha, komischerweise ist das eine Goldmünzen-Bananen-Münzenkammer. Schön. Also wir kriegen es echt immer hin, dass wir da nicht eine Millisekunde verschwenden, ne? Genau. Wäre cool, wenn es da auch so Zeitrekorde gäbe, oder? Ja, da wären wir auch alle Fälle zur Zeit noch unschlagbar. Ich glaube, hier geht es rein, ne. Sah nur so aus... Ach, ich habe dir gerade die Luft abgeballert. Ja, genau, das haben wir auch... Oh, eine Schlange. Haben wir gerade festgestellt. Donkey Kong, äh, Didi Kong schießt ja... Oh, ich habe dich gerade aus Versehen wieder genommen. Oh, ich war mir nicht sicher, ob man an der Stelle, wo da kein Zeug ist, ob man da runterfällt. Soll ich probieren? Ja, das ist eigentlich jetzt nicht so schwer. Oh, die Landschaft sieht so geil aus. Ja, geht, oder? Hold's dir. Ne, das ist auch wirklich sehr schön. Das ist das richtige König der Löwen-Feeling hier. Mhm. Oh Gott, da würde ich eigentlich mich schon am ersten festhalten. Oh, da oben sind Stacheln? Ja. Ah, das sind alle Stacheln. Diese kleinen Wikinger, diese verrückten Affen hier, ja? Ich weiß, es sind keine Affen, sondern Pinguine oder sonst was. Alles Mögliche. Alles Mordische. Das haben die ja alles schon erobert, kann das sein? Das ist wirklich, die, 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 die lassen hier keine Möglichkeit aus, uns irgendwie weh zu tun. Also auf das Level stehe ich auch. Selbst habe ich fast eigentlich auf jedes Level gestanden. Vielleicht auch mal auf eins mehr als das andere, aber so insgesamt. Sehr cool auf alle Fälle, ja. Jetzt geht's hier noch. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee. Probierst du's? Ich probier's. Schön! Und zwölf Münzen kassiert. Und hast du gehört, kommt dann, äh, kurz, wenn man länger wartet, dann auch so Donkey Kong kam gerade wieder am Ende. Aber leider nur ein Stück davon gehört. Das habe ich leider gar nicht gehört. Ah, schön. La Savanna. Ich würde es mal übersetzen mit dieser Wanne. Hm? Ist sehr gewagt, aber ich glaube, damit könnt ihr recht haben. Ja doch, also den, den, den Hintergrundbildschirm, den finde ich echt auch sehr geil. Ich stehe ja so auf rot-orange Abstufungen. Ah, dann ist der afrikanische, äh, ja, die, die, so afrikanische Töne sind ja dann ganz, äh, na. Ah, Baobab, ne, das ist nämlich der Affenbrotbaum im, im afrikanischen. Ja? Baobab heißt Affenbrotbaum. Okay. Eigentlich, gerade haben die hier, sind die ja schon total abgegangen, die Bäume. Ich weiß ja nicht, wenn die jetzt beim Boogie auch noch oder beim Boogie sind. Ich habe mich noch überlegt, was das für andere Bäume sind, die so dünnere Stämme haben, das müssten Akazien sein. Das dicke sind die Affenbrotbäume und das andere sind die Akazien. Was anderes kann da irgendwie nicht wachsen. Hab ich mal gehört. Gibt Schlimmeres, als so schöne Bäume zu haben. So ein Baum muss man versuchen zu machen. Boah! Krass. Und das ist wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, hier ausgedacht, hierher die, die Form der Bäume, äh, ich denke, so was ist gar nicht mehr unwahrscheinlich. Ja, vielleicht sind sie, vielleicht sind sie hier ein bisschen an, äh, so ein bisschen, Übertreibung macht anschaulich, aber die sind schon wirklich sehr dick, also. Oh, Mann. Also ich muss sagen, ähm, ich habe ja beim letzten Mal die, die Schörung auf alle Fälle gelobt, aber ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz, äh, ab und zu mach ich mal, ach Mann. Äh, äh, bin ich, äh, bin ich mit dem Rollen nicht ganz zufrieden. Schön, schön, dass wir hier uns gerade mal abgewechselt haben. Dadurch haben wir das so in der Waage gehalten. Oh. Oh. Ja, ich dachte, ob die wirklich so eine Stacheln haben, die Früchte. Oh, warum nicht? Ah, guck mal, hier geht's runter. Das ist fies versteckt. Oh, ich dachte, hier gibt's noch was. Rollst du dich durch? Mann, das ist doch unglaublich. Ich will das wirklich nicht und hab's nicht machen. Ab es oft. Ah, Mist, verdammt, siehst du was, äh, ich hab was falsch gemacht, da oben jetzt was gegeben. Anfalle, ich will mich hier gerade die ganze Zeit an dem Baum, äh, an dem Stil, das geht ja nicht. Weil ich gebe da oben, ist noch ein Fass zu werfen. Ah, perfekt, dann kriege ich jetzt auch mein Leben, das ich mir verdient habe. Ha, ha, zack. Mal wieder ein Bonuslevel. Dixi landet immer sehr elegant, ne? Ich hab's dir bestimmt auch schon aufgefallen. Ups, so weit wollte ich gar nicht drunter. Na, ich hab's dann, warum hier, und zack. Ich bliege immer schon. Naja, kommt ja immer so ungefähr an der gleichen Stelle raus. Ja, genau, und nicht, dass ihr anfangt, äh, ungewöhnlich zu werden. Was ich noch sagen wollte, bei der nächsten Aufnahme, werde ich dann mir auch mal den Cranky gönnen. Ja. Aber ich denke, die, die, da werden wir noch da oft genug hin und her. Und was, was war das jetzt gerade? Ein Leben haben wir, glaub ich, bekommen. Ach so, okay. Ach genau, und können wir mal probieren, ob wir den Special Move benutzen können, den ich in der Beschreibung gelesen habe? Äh, wir können mal vielleicht versuchen, wenn, wenn, äh, hier ein paar Gegner sind oder so. Genau, bloß nicht vergessen wieder. Okay, jetzt machen wir nochmal eine Zeit, nochmal eine Halbzeit hier. Upsala. So. Komm, neu, die blöden Dinger. Ja, okay, hier wäre noch mein Herz, dass du dir schnappen kannst. Ach, guck mal, da unten ist ein Buchstabe. Wow. Krass, die Dinger sind hoch. Ja, gut, so geht's da oben lang. Ja, ich würde eher sagen, nicht. Ja, stimmt, ne? Ähm, dass man da irgendwie hochkommen soll. Schau dir das doch mal an, wenn ich jetzt hier trommle, ja? Da bewegt sich wirklich alles um mich herum. Aua. Guck mal hier. Das bewegt sich hier auch das Gras und alles. Ja, das ist wirklich, und selbst die Wurzeln, alles. Upsala. Achtung. Blöder Feuer, speinnah. Na, werfen wir. Na, keine Ahnung, sollen wir versuchen da links irgendwie? Wir können versuchen, den Feuertypi da abzuwerfen. Ja, ich glaube auch, nur, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Und vor allen Dingen, weil wir beim letzten Mal, glaube ich, hatten wir ja auch schon so ein Feuertypi, ne? Ähm, ja, hier sollen wir vielleicht alles mitnehmen. Na klar, hier die kleine Dixi, nimmst du einfach mit Donkey auf. Ah, warte mal, nein. Wieso, das denn? Ich bin, glaube ich, gerade einfach runtergerutscht von der Blume. Ah, du kannst ja was zur Halbzeit gehen und da komme ich dann zurück. Ja, warte, kann man da unten rein vielleicht? Ich weiß das nicht. Ja, ich soll es mal probieren. Nee, warte, nicht alleine jetzt. Okay. Na, aber das sieht nicht danach aus, also. Da unten rein? Nee, ich will es probieren. Okay. Wann mal? Vielleicht das. Nö, nisch da. Oh, what zur Hölle? What the Hölle hier? Warte mal, hier gibt es was zu ziehen, das würde ich gerne mal ziehen. Ich denke ihn ab. Ich bin auch einer von uns beiden. Was? Hat mich umgebracht. Hör. Jetzt willst du zurückkommen? Irgendwie bevor der mich jetzt krack macht. Ach. Schüttel dich zu mir, oder? Ach, so jetzt. Ja. Ja, das war ja auch ein fieser Gegner. Sind wir ein bisschen zu lang einfach nur auf dem Brummkopfer. Vor allen Dingen, ich habe am Anfang gar nicht gesehen, dass der uns zuerst immer nur wegbounced. Ja. So. Mach, pass auf. Mann, du Blöder. Ich habe irgendwie gesehen, dass er ein Gegner ist. Ah, na toll. Weil der einen überholt noch, weil was soll denn das? Oh, ich habe gerade. Ah, schön. Guck mal. Ja, Leute, und wie ihr vielleicht schon jetzt seit, seit ein paar Tim so mitbekommen habt, wir haben das mit dem Aufnahmeprogramm in den Griff bekommen. Ja. Wann mal. Lass uns mal gleich nochmal nach links rollen. Hier waren nämlich noch ein paar Bananen. Ich warte mal, bis die ganzen Früchte weg sind. Aua. Es lag tatsächlich ärgerlicherweise an der Stromversorgung am USB, der Vorderseite meines PCs. Ich musste es einfach an die Hinterseite stecken. Naja. Gut, das ist jetzt kein Problem mehr. Oh, fies. Oh, na, hol schnell alles. Immer um mich rumgeflogen, oder? Ja, ja. Wie so eine Biene. Wie die Bienen im Sommer. Kommst du da so schon ran? Wow. Alter, von hier bestimmt. Ah. Oh. Donkey kommt da nicht so ganz ran, aber kannst du eigentlich nach dem Sprung? Ja. So, rein da. Ja, wollen wir auf den... Ah, da hätten wir, glaube ich, schneller schießen sollen. Der kommt nicht zurück. So eine Scheiße. So, ist mir jetzt egal. Sobald wir den nächsten Gegner sehen, mache ich mal die Special an. Wir kriegen ja die eh neu. Ah. Ach, das macht es einfach kaputt. Ah. Ja, was denkst du denn? Gegner, also große Gegner sind immer OP im Verbruch. Na klar. Ah, komm, Regustabe. Wow. Alles für den Kong-Gustaben. So nicht. Ja, da können wir einfach nur auf gut Glück... Schieß mal, wenn der Ballon ist. Ja, ich dachte auch, ich schieß mal. Das war, glaube ich, auch ein bisschen zu früh. Also, es war ganz offensichtlich zu früh. Aber ich glaube, ich hatte auch nicht geschossen, als der Ballon da war. Kong! Ja, egal. Kong eingesammelt. Das ist sehr schön. Das ist sehr erfreulich. Das ist... Und ich glaube, das war es auch schon mit dem ersten Part in dieser wunderschönen Lassavanne. Lassavanne. Wäre auch ein guter Name für was zu essen. Ah ja. Guti, Leute. Dann geht's im nächsten Part mit schöner Grafik, schönen Rhythmen, tollem Gameplay weiter. Wir bedanken uns fürs Zuschauen mal wieder. Hoffen wir, es hat euch gefallen. Würden uns so sehr über Unterstützung freuen. Genau. Und ja. Und schaltet wieder ein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Seid dabei. Ciao, ciao. Tschüss.